Herzlich Willkommen. Ich begrüße Sie an der Autobahn, Deutschlands größtem Bauwerk. Ich werde Sie durch die Ausstellung 13.155 Kilometer begleiten und Ihnen die sieben Kunstwerke vorstellen. Ausgangspunkt für die soundbasierten Arbeiten waren für die KünstlerInnen charakteristische Elemente der Autobahn, wie zum Beispiel die Leitplanke, die Fahrbahn oder der Rüttelstreifen. 13.155 Kilometer. So lang ist derzeit das Autobahnnetz in Deutschland. Diese Kilometerlänge entspricht der Distanz zwischen Berlin und Kapstadt in Südafrika. Gerade haben Sie den ersten Teil der Arbeit, Mittelstreifen, unterbrochen gehört. Die Soundkünstlerin Sonja Hart hat Klangkompositionen geschaffen, die zwischen den anderen Kunstwerken oszillieren. Die Kompositionen werden immer wieder unvermittelt auf ihrem Weg durch die Ausstellung erklingen. Die Ausstellung und Renewer sind gutverontalierend auf ihrem Weg durch die Ausstellung utila – Superurkompositionen. Die Ausstellung eines kleinen Kleinstä ص muss man an некоторые Dynamo an die Storsion herum Bark supposedstätzt und regnet. Die Ausstellung aus być das Teil des annihilions afterwards.